Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Batman The Tale. Ich bin schon da, als ich bin okay. Nicht? Ey, wir hatten voll die... Oh, äh... Yo, ich dachte, wir wären besser geworden, unsere... Stellung hier in Gotham. Oh. Two-Face und done. Gott. Droht der uns? Ernsthaft? Droht, ey, Harvey, das... Der beste Freund, ey. Wow. Ernsthaft? 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 Oh, Gott. Alter. Ey, sie wollte doch eh nix von dir, oder? Ey, es tut mir echt leid, aber... Sie jetzt entschied, oder? Ich bin wirklich sorry, dass sie das gemacht haben, aber das ist keine Entschuldigung für diese... ...ridikulöse Krusade gegen mich. Ich brauche keine Entschuldigung. Du bist ein Kriminein und ich komme für dich. Bruce? Bruce! Wir sind fertig. Ich weiß nicht, wenn ich mir das persönlich sage. Das soll doch mal was. So da am Telefon irgendwie ein Zu... Oh, da sind auch... Da sind es ja schon die... Die bewaffneten Wachen. Die knallen mich gleich ab, Alter. Hey, wahrscheinlich habt ihr mir irgendwas reingelegt, oder? Alter, ey, ich... Du... Mit ihren Pokémon... Oh, es sah gerade aus mit diesem Rot und dem Weiß. Wer ist das denn jetzt? Geh' zurück in Ark, ich bin ein verdammter Maniak. Was the hell? Warte mal, oder du bist der nächste Kobbelpot. Was ist das hier? Äh, ey. Alter, wir haben die Droge noch in uns. Wir werden gleich jemanden killen von denen aus Versehen. Bruce, schau mal, Alfred. Ich kann das nicht anhandeln. Oh, oh, oh. Ihr habt gesagt, wie ich werde zu enden wie Kabelpot. Verprügelt doch nicht. Oh, Gott, ich... Alfred, ich bin sorry. Ich bin nicht... Ihr wird alles gut. Wir müssen einfach raus aus dieser Masse. Ich will nicht mehr raus. Ja, genau. Der nächste Mal wird ein Warnung. Oh, danke. Okay, wenigstens die... Wie ich sehe, gibt es zwei manchen, wie wir das tun können, Bruce Wayne. Egal, ich lasse diese Leute an dich an dich und sehen, wie du gestern hast. Oder... Du kannst ein wenig Donation mit mir und meine Kinder, um uns zu helfen, um uns gut zu finanzieren. Hm? Mit deinen Klonen, die genauso aussehen. Seid ihr Drillinge? Oder was ist... Ich meine... Oh, Gott. Leute, was soll ich tun? Schreibt mir in die Kommentare, was ihr da so entscheiden würdet in so einer Situation. Weil ich denke mir jetzt gerade, fuck it, go for it. Fourth down und wir gehen dafür. Los geht's. Just do it, Alfred. Ja, easy. Das ist eine geile Karre. Ja, die kleine Schranke da. Bäm, durch damit. Ja, ja. Bei Emilio Schrotflitten schießen sie auch noch auf uns. Mein Gott, Alter. Was ist das für eine Stadt hier? Was ist passiert? Oh, Celina schreibt. Sehr gut. Endlich mal schöne Nachrichten. Ey. Ich sage euch, Leute. Wir killen noch irgendwen von unseren Freunden. Bin nur vor, dass du ihn sichert. Was? Okay. What do you mean, you're leaving? Bruce, Harvey's clearly lost it. All over the news, yelling about how you need to be brought to justice. Throwing whoever he wants in jail. Not really interested in seeing what he has planned for me. I was supposed to be here laying low. Oh, does this look like laying low to you? You don't need to worry about Harvey. I'll protect you from him. Don't write checks you can't cash. Don't you get it, Bruce? Harvey catching you in my apartment drove him completely around the bend. So you're saying you think his breakdown is our fault? I... Yeah? Don't get me wrong, Bruce. That night was a lot of fun, but... Not worth dying for. Na ja. Haha. Mit Geld, Owen, ich weiß nicht. Für manche Leute schon. Also für mich. Harvey wird dich nicht töten. Puh. Bruce, don't make this harder, than it needs to be. Es kommt davon, wenn man labert. So where are you going to go? We got some other business, I need to take care of. What other business? Look at yourself, Bruce. You're in no shape to take on Harvey. Or the children of Arkham for that matter. Of course. That's my car. Wer holt dich denn ab? Selina? See you around. Das ist Harvey, look. Das ist Harvey, das ist Harvey. Das ist Harvey, das haben wir in der Vorschau gesehen, oder nicht? Nein? Oh, okay, ich dachte, in der Vorschau haben wir das gesehen. Mit Maschinengewehr und bla bla bla. Das müsste noch kommen. Sehr gespannt. Ich bin okay, okay? Ich muss nur auf den Computer gehen. Ich brauche eine Pause, man. Ich bin auch von oben. Ich bin okay, ich bin echt. Ich bin okay. Ich bin alle. Ich bin mit dem Problem,ECÄS zu be Antworten. Bruce, du bist so gefährlich. Ich bin okay. Ich bin ja. Ich bin sicher. Ich bin ja. Ich bin ja. Das können wir jetzt ganz easy machen. Dann geht's ins Boot. Wir holen Selina zurück. Die Kriegen haben nochmal umgekrempelt, hoffe ich. Kabelbord keine Gnade und Vicky Vale ist eine richtig miese... Ihr wisst, was jetzt kommt. Ich hasse die gar nicht. Ich habe ihr so vertraut. Ich habe sie bevorzugt. Ich habe gesagt, Gordon, nicht mit dir. Ich gehe mit Vicky Vale und jetzt kommt die mit dir in dem komischen Kack. Also, was müssen wir denn hier machen? Wirkstoffmolekül untersuchen. Officer Montoya, ne? War die, die Falcone, Falcone, was er gekillt hat. Was ist der Falcone? Es scheint, dass die Droge sich zu spezifischen Proteinen in der Genomstruktur. Wenn wir die Droge molekuläre Struktur modifieren, sollten wir einen counteragent. Once you've figured this out, we'll have a working antidote. We can cure others affected by the drug. No. I wish that were possible. It's based on the individual's DNA. We'd have to sample and decode the genome structure for each and every person to make them a cure. We don't have the time or resources for that. That's why we were lucky to have mine on file already. Tricky, tricky, tricky. Tricky, ja. Ich glaube, ich check, was man tun soll, aber es ist ein bisschen Glücksspiel, habe ich das Gefühl. So, warte mal. Jetzt haben wir hier zwei Punkte. Schau mal, ob wir hier eine bessere... Bam! Ich hatte Kiwi in der Schule. I should do it. Hat natürlich viel damit zu tun. So. Was haben wir denn jetzt? Bei Batman geht... Oh, kann ich was? Okay, Gegenmittel packen. Alter, ich finde sowas mega ekig. Übrigens, Leute, habe ich noch gar nicht gesagt. Ich nehme am 1. Advent auf, weil ich einfach... Ich wollte jetzt sehen, wie es war, meine Schwester hat das Ganze schon durchgespielt und ich wollte unbedingt jetzt weiterzocken und, weil ich ganz kurz zeigen wollte, nur eine 1. Advent, Weihnachten, Bam! Seht ihr das? Oder? Ist das nicht ein geiles Weihnachtsshirt? Batman-Weihnachtsshirt? Ich finde es mega cool. Ich finde es mega geil. So. Ah! Spritzen, wie? Was muss ich tun? Und wieder raus. So, rein, raus. Okay, so. Bam! Das ist ja wieder nicht, ey. Ja? Funktioniert's? Oh! Bam! Nice! Sehr gut! Sehr gut! Das macht den Trick. Das wird funktionieren. Ich fühle mich besser. Ich fühle mich besser. Also, was werden wir jetzt tun? Erstmal, ich muss wissen, was Vicky... Lady Arcom hat mich zu sein, während ich bin weg. Vicky Arcom hat mich gehalten. Ich dachte, sie wäre nett. Lange Zeit dachte ich das. Sie war mir die ganze Zeit. Sie wollte mich in Arkham. Sie wollte mich zu fühlen, was mein Vater hat getan zu all diesen Menschen. Bruce. Es gab größere Pläne als ich, Alfred. Batman hat sie auf der Sky Rail Station geholfen, und ich kann nicht glauben, dass sie eine andere Weise finden, um die Drogen zu benutzen. Wenn das wahr ist, dann könnte sie mehr gefährlich sein. Ich weiß, ich weiß. Ich habe jemanden in Arkham, die mir einen Tipp auf, wie sie finden. Der Tipp. Du denkst, dass du jemanden in Arkham Asylum in einer Asylum verletzt kannst? Keine Ahnung. Ah, Joker kann ich nicht sagen. Das ist so... Das ist so... Das ist so... Ich denke, das ist nicht etwas, was wir können, ob wir glaubwürdig sind oder nicht. Er hat mir gesagt, dass... Wenn ich mich wissen, was sie planen, dann sollte ich mich zu Hause visitieren. Das ist nicht zu schwer, um sie zu finden. Ich habe es. Ich habe es. Bruce, bevor du gehst, habe ich etwas für dich. Ich nenne es eine Strobe-Grenade. Schreibe es auf jeden Fall und das Lichtschirr wird dich fast unmöglich zu vertreten. Perfekt. Danke, Lucius. Danke. Am besten kann ich es machen, nachdem du mich in der Batcave mitgebracht hast. Bruce! Ey, megageil. Ja. Wenn du kämpfst, Miss Vale, bitte, bemerkbar. Das Lachen. Wie wäre es, wenn er ein bisschen Gegengift noch mitnimmt, oder? Ein bisschen was noch. Er hat irgendwie eine... Eine... Eine so eine kleine Ampulitz gemacht. Gotham Hades. Wo uns sitzt der Bates? 17.46. Äh. Oder wir gehen einfach rein. Okay. Also hier... Entweder die sind tot, oder... Die sind tot, Leute, oder? Glaubt ihr nicht? Schau mal, wie es hier aussieht. Ich glaub, die sind tot. Sieht aus, als würden die angegriffen, oder... Es ist Wein. Rotwein. Nee, da liegt irgendwer. Das ist, äh... Die Mutter, oder? Shit. Alter, die Augen auch. Seht ihr die Augen? Das sieht aus, als wenn die... Uhhh. Hat auch die Droge. Habt ihr grad gesehen. Die Weils sind tot. Ein Körper hat confirmiert, dass es viel Blut ist. Alert, Gordon. Das wird auch. Ich weiß nicht, wie das noch mit den Drugs verbunden ist. Alles, was sie über das wussten, Vicky hat sicher, dass sie sich quieten durften. Alter. Alter. Ich hab einen Moment gebraucht, um das zu checken. Aber die Augen sind ja mal widerlich. Syringe. Sieht aus, sie hat nicht ihren alten Tricks gewonnen. Ist das die gleiche Droge? Ja. Aber das ist mehrere Mal stärker, als die Dose, die ich habe bekommen. Vielleicht ist sie eskaliert. Das scheint persönlich. In Kugelschreiber passt noch nicht so viel rein. Wie in der Spritze. Aber hier ist wahrscheinlich das passiert. Wie, ähm... In dem Lager, in der Lagerhalle, ne? Wo auch diese ganzen Typen waren, die Polizisten, glaube ich, die sich gegenseitig irgendwie gekillt haben. Ich weiß schon, wie ewig her. Als... langfisch! Ja, meh... Das ist sowieso... Das ist ein Wirdwirt. Wie? Ja. Hier hat man auch Familienfoto mal schauen. Komm ich da hin? Ja. Wer ist das Mädchen? Oh. Folgende Theorie, Leute. Ich stelle jetzt meine Theorie auf. Die Folge geht schon ziemlich lang, ne? Na, geht. Ich muss aufpassen, dass die Kamera nicht aufhört, aufzunehmen. Aber meine Theorie ist, es passt irgendwie zu diesem ganzen Szenario. Vicky Vale, die Eltern von der haben einfach, weißt du das nicht, irgendwas mit ihr passiert, sie haben einfach ein neues Kind adoptiert, das wurde wichtiger und sie haben Vicky Vale irgendwie vergessen und Vicky Vale ist jetzt so neidisch auf dieses Kind und hasst ihre Eltern und hasst alle, die irgendwie, ne? Hasst einfach alle und ist richtig pisst. Ich glaube, das hat mit dem Kind zu tun. Es wurde adoptiert und daraufhin hat sich alles entwickelt. Aber keine Ahnung, das ist so meine Idee. So was haben wir hier noch. Das ist einfach ihre Schwester. Die Schwester, die bessere Weihnachtsgeschenke bekommen hat, oder so, wer weiß. Da kann man schon mal seine Eltern killen für, ne? Oh, der. Okay. Nein. Er ist weg. 10 Stunden, zumindest bei dem Zustand von seinen sofften Tissuen. So, Firmenlogo. Das ist ja auf jeden Fall abchecken, die Firma. The belt buckle is covered in blood. Before he was hung with the belt, Mr. Vale was beaten with it. Also irgendwas ist doch hier. Ist hier so ein Familiendraner im Gange, oder nicht? Also hier haben wir nix mehr. Hier liegt... Oh, da oder was? Da, 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 da. Bam. Ha. Ist das von Vicky Vale? Zu ihm gehört das Haar. Das ist wichtig. Also, warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen jetzt die Sachen kombinieren. Also, wir haben die Halswunde. Wir haben die Spritze. Wir haben Haare. Wir haben das Foto. Was, wenn... Ah, wir sagen, dass... Gürtel, hier haben wir die Wunde. Was haben wir hier? Warte, was war hier noch? Das Logo. Messer. Oh, ich hab ne Idee. Pass auf. Das Logo... ...ist vielleicht auf dem Familienfoto. Ich weiß es nicht. Erst mal schauen. Es ist auf dem Familienfoto. Verbind das doch. Verbind... Vielleicht hat er da wieder die Jacke an. Ich weiß es nicht. Ah, ich bin so ein Meisterdetektiv, Leute. Sehr gut. Da, schau mal hin. Alter, die hat auch noch das Geschäft von ihrem Vater gesnackt. Das ist ja assig. Also, dann haben wir die Halswunde. Ähm, und die Spritze. Wollen wir vielleicht... Warte, war es die Halswunde, ne? Oh ja, die Halswunde ist auf jeden Fall die Spritze. Ich dachte gerade, die Augen werden das so. Bam. Set mal. Auf jeden Fall das. Nein. So, jetzt haben wir noch... ...das Haar zu wem... Ja, es sieht aus, als würde es zu ihr gehören. Also, ich meine... Wir haben den Gürtel. Wir haben... Ah, der Messer ist aber kein Blut. Shit. Warte mal. Ähm, verbind einfach. Da ist Blut am Gürtel. Aber wo ist noch Blut? Bei dem Messer war ja keins. Ich weiß, jetzt mal schauen einfach. Lass einfach mal checken. Ich glaube, wir haben da vorhin schon was falsch gemacht. Aber... Wir haben geschaut. Ah, ah. Ne, falsch. Aber ich würde... So, lass das mal weg. Wie wäre es, wenn wir das Haar mal mit ihr verbinden? Ich weiß nicht. Lass mal probieren. Kann ich die Verbindung aufheben? Nein? Okay. Kann ich das Haar mit dem Familienfoto verbinden? Nein. Kann ich das Haar mit dem Messer... Weißt du... Ey, klar. Die Haare wurden mit dem Messer abgeschnitten. Deswegen ist auch kein Blut dran. Das ist es. Das muss es sein, oder? Komm schon. Wie die eigene Tochter. Wie abgefucktes Duster. So, jetzt haben wir aber leider hier noch eins über. Wohin gehört der Gürtel? Das heißt, alles verbunden außer dem Gürtel. What the fuck? Okay, warte, warte, warte. Wir haben irgendwas übersehen. Da, Blutspritze. Da ist der Gürtel von. Blut vom Gürtel. Bam. Es ist nicht ständig, wie ein Arterialspray. Niemand schweig fußte. Warte, es ist eine kleine Indentation, wo etwas Blut auf dem Gürtel mit der Kraft. Der Gürtel. Sieht ja sogar aus wie ein Gürtel, was da... Doch, doch. Wir haben doch was gesehen, Batman. So, bam. Und... Oh. Das war's. Die Indentation matchs the shape of the belt buckle. It must have impacted with the wall during the attack. What exactly happened in that house? I think I know. After we stopped her at the rail station, Vicky needed a place to hide her supply of drugs. Her father's trucks and warehouse offered the perfect cover. To do that, she needed them out of the way. With Vicky Veil fully assuming her new identity of Lady Arkham. Seems like she didn't need the Veils around to support her old one. Vicky showed up to attack her adopted parents. But only the mother was there at first. Miss Veil fought back and was able to slice off part of Vicky's hair. Vicky then subdued her with the same drug she used on me, but a much, much larger dose. Nearly lethal. She then removed the mother's eyes, indicating a deeply personal motivation. This was obviously some sort of vendetta. Sometime during this, Mr. Veil entered. Vicky attacked him with his own belt, striking with the buckle until he was unconscious and bleeding out. Finally, she dragged him to the closet and hung him with the belt. The bloodloss got him way before the hanging dead. That's horrific! She'd never acted out in such a violent way before. Why would she... Alfred, I think someone's still in the house. I'm going to look for a heat signature. If anyone else is here, I'll find them. Shit! Ähm, Leute. Meine Kamera war auch nicht im Moment abgeholt, weil die kann immer nur so 24, 25 Minuten aufnehmen. Und da ich dachte... Oder ich denke, das ist eine ganz gute Stelle für einen Cut. Ey, die Cuts sind hier immer böse. Egal, wo ich den Cut setze. Also hier ist gerade ein bisschen Ruhe. Und in der nächsten Folge geht's so richtig ab, Leute. Ich bin sehr auf eure Meinung gespannt. Also auf eure... Wenn ich einfach entschieden hätte, das würde mich echt interessieren. Ansonsten, Leute, haut rein. Bis dahin. Und wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Ciao!